Orwo hat eine reiche Tradition hier. Wir haben hier motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind hochqualifiziert. Wir werden natürlich auch vom Land Sachsen-Anhalt entsprechend gefordert. Schnell heißt innerhalb der entsprechenden Zeiten wirklich sehr intensiv alle Anträge auch genehmigt zu bekommen. Das alles spricht für den Standort und ich denke, das sind die Vorteile, die man einfach benennen muss.